Mir gefällt es an der ZHW zu schaffen, weil mir die ZHW vielfältige, persönliche und auch berufliche Entwicklungsmöglichkeiten bietet. Weil wir einen sehr hohen Gestaltungsspielraum haben und einen hohen Grad des Selbstständigen schaffen. Dass ich mein Familien- und Berufsleben gut vereinbaren kann. Mein Name ist Markus Mello, ich bin Leiter des Zentrums für Gesundheitswissenschaften hier am Departement Gesundheit der ZHW und bin verantwortlich für die Ausgestaltung, die Gründung, die Weiterentwicklung dieses neuen Zentrums. In den letzten Jahren habe ich viel interdisziplinär geforscht mit Physikern, mit Biomedical Engineers, um mir zu sehen, dass wir dieses Potenzial auch in der ZHW haben. Für mich als Kliniker, als klinischer Forscher ist es toll, dass wir aus diesen Ressourcen schöpfen können. Dass wir gemeinsam, zum Beispiel Projekte im Bereich Healthcare and Robotics, gemeinsam mit Departementen wie der School of Engineering, School of Management and Law und wir als Gesundheit Projekte voranbringen können. Was mich an meinem Job fasziniert, ist, dass ich Bereiche zusammenbringen kann, dass ich Forschende und Lehrende gemeinsam in einen Kontext stellen kann. Das Interprofessionelle empfinde ich als Herausforderung, auch als große Chance. Und es ist sehr befriedigend zu sehen, wenn sowas klappt, wenn neue Projekte entstehen. Was mir an der ZHW als Arbeitgeberin besonders gefällt, ist die Innovationskraft, die in dieser Hochschule steckt. Das Potenzial, der Standort Kanton Zürich, die Möglichkeit punktuell auf Weltniveau auszubilden und zu forschen. Das ist für mich faszinierend. Und auch in meiner jetzigen Rolle als Leiter des Zentrums habe ich diese Möglichkeiten. Was ich an meinem Team sehr schätze, ist die Pluralität ihrer Herkunft, die verschiedenen Bildungskarrieren hier gebündelt in diesem Zentrum. Das macht Spaß. Es macht Spaß zu sehen, wozu wir in der Lage sind, gemeinsam als Team neue Wege zu gehen.